Hallo ich bin der Samtex Wookie und ich spiele Metro Redux auf der Xbox One und ich zeige euch den Erfolg Panzer das gibt 10 Gamescore Punkte einer der ersten Erfolge den kann man eigentlich schnell verpassen man kann ihn zwar bei der Kapitelauswahl wiederholen aber so geht es leichter also ihr fangt an zu spielen kommt in die Metro da kommt ihr in diesen Raum wo die ganzen Aliens aus der Decke die aus den Luftschächten an den Seiten kommen und der Kollege fordert euch auf eine Waffe zu nehmen und nachdem ihr das gemacht habt fangen die eigentlich an zu kommen aus den Luftschächten aus den Decken rechts und links und ja einfach der Erfolg ist einfach nicht von den Gegnern treffen lassen alle Gegner erledigen mit der Waffe ohne selbst Schaden zu nehmen sobald ihr Schaden nehmt einfach neu starten und dann gibt es die 10 Gamescore Punkte sind die ersten in dem Spiel ja das war der erste Erfolg die nächste bringe ich dir nächstes Gott viel Spaß noch danke ciao